Alternative Antriebe, autonomes Fahren und individuelles Design bestimmen die Fahrzeuge von morgen, ihre Funktionen, ihr Aussehen. Durchleuchtbare und funktionale Oberflächen spielen dabei eine maßgebliche Rolle. Die Bierentwickler und Konstrukteure arbeiten kontinuierlich daran, die Zukunftsvisionen der Automobilhersteller mitzugestalten. Besonderes Know-how besitzt Bier bei der selektiven Verchromung. Je nach Anforderung und Geometrie des Bauteils werden nicht zu verchromene Partien auf der Oberfläche bedruckt, gelasert oder umspritzt. Neue Wege beschreitet Bier auch mit der Lackierung von Bauteilen. Die vollautomatische Lackieranlage ermöglicht die Umsetzung anspruchsvollster Lackoberflächen in Hochglanz- wie Mattchromoptik, die in einem Ein-, Zwei- oder Dreischichtsystem realisiert werden können. Am Anfang der Bierproduktion steht die Rohtalfertigung. Hochmoderne Spritzgussanlagen garantieren hohe Prozesssicherheit von ein- bis zu komplexen Mehrkomponentenbauteilen. Jedes Werkzeugkonzept wird individuell auf das Bauteil ausgelegt und optimiert. Mensch und Maschine arbeiten bei BIA Hand in Hand. Automation da, wo sie möglich und wirtschaftlich, menschliche Sorgfalt, wo sie erforderlich ist. Herzstück der BIA-Fertigung ist die vorbildliche Galvanik. Die von BIA entwickelten Anlagen setzen weltweit Maßstäbe bei Qualität, Produktivität und Umweltschutz. Durch kontinuierliche Überwachung der Betriebsparameter im eigenen Labor sorgen die BIA-Fachleute für stabile Prozesse, einen umweltfreundlichen Betrieb und ressourcenschonenden Materialeinsatz. Geht es um die Überwachung der Maßhaltigkeit der Bauteile, setzt BIA neben der taktilen und optischen Vermessung auch auf zeitgemäße 3D-Messmethoden. Die abschließende 100%-Sichtung der Bauteile und die BIA-Prüfabläufe haben sich branchenweit als Standard etabliert. BIA setzt dabei sowohl auf die visuelle Kontrolle durch Mitarbeiter als auch auf kameragestützte Systeme. Die geprüften Teile werden in individuelle von BIA noch Kundenvorgaben konzipierte Trays verpackt und versendet. Alle Fertigungsschritte sind eng verzahnt. BIA strebt einen hohen Automatisierungsgrad an. Hier spielt die innerbetriebliche Logistik eine wesentliche Rolle. Oberstes Ziel ist die effiziente und reibungslose Versorgung aller Kunden. Von der Qualitätsvorausplanung über die Konstruktion bis zur Serienbetreuung. Das internationale Projektmanagement begleitet jedes Bauteil und koordiniert den Produktlebenszyklus. Mit zahlreichen Standorten auf drei Kontinenten versorgt die BIA-Gruppe ihrer Kunden weltweit in bewährter BIA-Qualität. International einheitliche Standards erreicht BIA nicht nur bezüglich der Herstellung seiner Produkte, sondern auch beim Umwelt- und Ressourcenschutz. Die Nutzung regenerativer Energien, die Minimierung von Gefahrstoffen und der respektvolle Umgang mit den Mitarbeitern sind unternehmerisches Selbstverständnis. Mit diesem Anspruch fertigt BIA Produkte, die der Automobilindustrie faszinierende Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen und dem Endverbraucher ein visuelles und haptisches Erlebnis der besonderen Art bieten. BIA – Die Oberfläche BIA – Die Oberfläche BIA – Die Oberfläche